Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Neo 2. Auf ein neues. Oh. Da war ich ein bisschen laut. Ein bisschen verzwickte Situation hier gerade. Weil wir hier relativ viele Gegner töten müssen. So, das hat schon mal funktioniert. Uh. Diesmal konnte er sich überhaupt nicht regenerieren. Vielleicht weil er das Confused-Dings drauf hatte. Okay, erstmal hier weg. In Ruhe etwas Abstand gewinnen. Sehen was kommt. So, da ist der. Ein falscher Move und er ist tot. So. Du hast gar nichts mehr. Dann beenden wir dein Leben. Ein für allemal. So, dann hatten wir hier noch einen Homie. Und irgendwo da oben schießt auch nochmal ein richtig dickes Ding. Kommen wir da einfach so ran. Ja, mehr oder weniger. Hier, bitteschön. Zwei. Nicht mehr. Das war leider nix, mein Freund. Mit leider meine ich zum Glück. Ach, das sind tatsächlich die Bewohner, die hier die Sachen abschießen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die das können. Intelligenter Yokai, ey. Aber zumindest semi-intelligent. Wir wollen seinen Intellekt mal nicht überbewerten. So, das war's. Dann schießen wir auch nochmal. Damit geht der Turm kaputt. Bringt uns nichts, weil der Typ da oben war schon... Der war schon weg. In Ordnung. Frage bleibt, was hat uns das gebracht? So. Den haben wir. Einer weniger. Da lebt noch... Oh. Schießt da auch noch einer? Fühl mich richtig krass hier. Kennen die die, äh... Die Fasericobra Kai? Das sind irgendwie die ganzen Kids, die irgendwie Karate machen. Und ich fühl mich gerade irgendwie auch so... Einfach sinnlos rumprügeln. Okay. Ähm... Das ist nochmal ein Yoki. Warte mal, sind wir nicht... Hier... Okay, erstmal machen wir den hier plant. Oh. Okay. Okay. Aber verstanden. Mal hält ein bisschen aus. Zum Glück kenne ich das Moveset von den Duelis. Das war ein starker, hoher Haltungsangriff. Ich denke, wir sind hier rein... Wir sind hier raus. Okay. Stimmt. Dich habe ich am Leben gelassen. Boah, das war Glück. Wir sind hier reingegangen. Das sind die ganzen Pisser. Und jetzt haben wir hier den Innenhof gesäubert. Das Problem ist, äh... Es fehlt uns immer noch ein Shortcut. Oh. Gott, ich hasse Hunde. Ach. Okay. Hund ist down. Warum sind hier Gegner hinter der Hütte? Da gibt es doch gar nichts, oder? Oder... Doch, da geht es irgendwie in den Yo-Kai-Realm hoch. Oh, oh, oh. Scheiße. Jetzt zu sterben wäre richtig doof. Das ist mir einfach so gerade eingefallen. Das wäre richtig doof. Deswegen gucken wir, dass wir das nicht machen. Das war leider nicht der Chef. Aber was soll's. Da haben wir eine dicke Kiste. Der ging aber schnell zum Boden. Na, ah, Mist. Kommt direkt mit einem Grab-Attacker auf. Na komm, haut zu. Ei, ei, ei. Seelenkern. Nice. Wir haben aber volles Anima. Ich nehme den nachher mit. So, da so oder so ein Yo-Kai rauskommt. Okay. Hässliches Vieh im Anmarsch. Scheiße. Das hat rein gar nichts gebracht. Ja, Schlange hat ordentlich was gemacht. Oh. Das ist kein Key mehr. Blatt. Oh yes. Und das Yo-Kai-Reich wurde aufgelöst. Fantastisch. Ich meine, was ich jetzt hier tue, ist super greedy. Weil wir haben kein Checkpoint in der Nähe. Wenn ich hier sterbe, kann ich alles, fast alles normal machen. Gebracht hat es uns eigentlich auch nur eine Truhe. Also eigentlich nichts, was der Redewert ist. Hm. Wo zur Hölle ist dieser Shortcut? Irgendwie nervt mich das gerade. Ich will jetzt aber nicht da durch den Untergrund normales durchrennen. Also irgendwie auch doof. Revenant. Ja, weißt du was? Ich mach mal kurz weg. Wenn es sein muss, wäre ich dafür auch den Schutzgeist oder die Yo-Kai-Form zünden. Weißt du was? Komm. Ich habe jetzt keine Lust hier Stunden mit dir zu verbringen. Was hat denn der? Der hat eine Key-Regneration wegen seinem Scheiß-Buff. Ach, komm schon. Na also. Wer geht's da? Wir heilen uns mal. Sicherheitsheilung. So, hier geht's weiter. Hier müsste doch irgendwo ein Schrein sein. Aber ich sehe nichts. Sag kein Gewehr. Brauchen wir nicht. Brenne der Ölbecher. Doch, hier ist ein Schrein. Hey. Okay. Ich glaube, wir haben genug für den Aufstieg. Und was skillen wir? Skillen wir nochmal Kunst... Ups. Konstitution. Key-Regneration 2. Ich denke, wir machen nochmal ein bisschen Herz. Wir bringen die Sachen auf 20. Ich wollte nochmal gucken, wie viele Kodamas wir bereits haben. 4 von 7. 3 fehlen noch. In Ordnung. Ich weiß aber immer noch nicht, wo der Shortcut ist. Ich glaube, den haben wir verpasst. Was mich ein bisschen unstimmig stimmt. Okay, ich sehe rein gar nichts. Fantastisch. Wir werden beschossen und die... Von da oben irgendwo. Ich renne jetzt einfach mal durch. Eins nach dem anderen. Oh. Jungs. Jungs. Es ist alles gut. Es wird alles wieder gut. Ich verspreche es. Auch eure Mutti... ... wird sich wieder bei euch melden. Gleich telefonisch. Aber was ich hier tue ist super... ...doof. Meine Fresse. Oh. Mist. Oh. Fast kein Key mehr. Oh yes. Und damit bist du... ...tot. Der Wutkontor ist mit der einfachste. So. Der Turm geht mal down. Fantastisch. Und das geht... ...in unsere Richtung. Da, wo wir hergekommen sind. Das Yu-Kai-Reich hier besteht aber immer noch. Man sieht hier halt nix, ne? Was soll ist das? Au. Ach. Dammit. Ah, der schießt von da oben. Okay. First things first. Der Schütze muss weg. Okay, da ist noch mal ein Yoki. Ich weiß nicht, ob das hier der beste Board ist, um zu kämpfen. Oh, das war aufs Horn. Das war voll aufs Horn. Oh. Hinter uns ist halt auch noch mal einer, ne? Ach, komm schon. Meine Güte. Was mache ich hier? Das ist alles viel zu riskant, was ich hier tue. Einfach ein bisschen YOLO. So. Was haben wir noch? Dich da. Du nährst mich auch schon eine ganze Weile. Der hat uns auch was gesehen. Ach, du bist so einer. Okay, ich verstehe. Jetzt wissen wir, wie ich den Grund für das Yu-Kai-Reich. Okay. Die Verhaltung. Kann ich bitte? Dammit. Okay. Lass uns verschwinden. Heilung reinhauen. Okay. So. Wo nun? Der hat sich wieder verpisst. Was okay ist. Waffen. Die Typen kann man ja eigentlich im Stunlock halten, ne? Hier, nimm Schlange. Nein, Schlange war... Schlange war nix. So. Wirklich viel Schaden hat das nicht gemacht. Aber was soll's? Wir haben kein Key mehr. Tut mir leid. Ich muss mich super konzentrieren. Ah. Lock on. Er will immer den Wutkorn... Die Wutattacke machen. Hat sich... Ist sich aber nicht erst gegangen, mein Lieber. So ist hier unser Shortcut. Oh, ne Grinsekarze. Hi. No, du? Ich nenne ihn Fetty. Weil er so dick ist. Fetty spürt vor allen Dingen den Hunger. Hass hat er keinen. Aber Hunger hat er. Au. Fetty, mach was. Fetty, mach was. Reif ihn an. Genau. Ah, da haben wir ihn fast. Jawohl, Fetty. Schön. Guter Todesstoß. Einmal von hinten. Nice. Ich wusste doch auch, was auf Fetty Verlass ist. Ne? Da ist ein Umi-Bosu-Schleim. Das ist auch nicht das, was ich mir am meisten wünsche. Gehen wir erstmal hier hoch. Okay. So läuft der Hase. Du hast ein Handrohr. Oder hattest? Fetty ist weg. Zwei von euch. Ah. Kommst du hier hoch? Ne, ne? Ha. Ich hab das Gefühl, es ist kein optionaler Weg. Von dem her gehen wir hier nochmal raus. Ich will mich erstmal draußen nochmal umgucken. Und ich hab eigentlich gehofft, dass da der Shortcut ist. Ah. Was haben wir sonst noch? Dieses Häuschen mit einer Truhe. Oh. Mimik. Scheiße. Ah. Schlange, du warst auch wieder. Okay. Ach du meine Güte. Ah. Ja, jetzt natürlich die Gläfe und ich mit dem Tonfass. Und kein Schutzgeist, ready. Ähm. So. Wo wär? Nirgendwo wär. Okay. Dann machen wir das nochmal. Du buffst dich nicht. So. Heilung. Au. Ich hab keine Chance, wenn... wenn da die Kombo durchgeht. Wenn die Kombo durchgeht, hab ich keine Chance. Ah, das ist übel. Ich bin fast versucht, einfach die Waffe auszuziehen. Aber das wär ein bisschen lame, ne? Das wär ein bisschen lame. Äh. Was machen wir gegen dich? Okay, Wasser ist drauf. Wir machen einfach zahermäßig viel Schaden. Das funktioniert immer. So. Problem erledigt. Und nun. Hat uns das was gebracht? Da ist... Ah, nochmal eine Yokai-Wolke. Da kommen wir aber gerade nicht weiter. Hier war der Schütze. Autsch. Voll erwischt. Ich glaube, hier ist tatsächlich ein Dead End. Wir müssen in diese Höhle da rein. Außer... Ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Waffen wir uns mal. Oh. Autsch. Au, das hat wehgetan. Da ist ne Leiter. Okay. Wir kommen auch auf normalem Wege runter. Mit dem Vieh habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Keine Ahnung, weshalb. Wenigstens ist hier Ruhe, weil wir das Yokai-Reich ausgeschaltet haben. So. Hier war die Leiter. Genau. In Ordnung. Uns fehlen aber noch drei Kodamas. Ach, komm schon. Ich hasse das, wenn er... Ist wesentlich gefährlicher als der Habsucht-Dämon in Dark Souls 2. Ach, hör auf, ey. Boah. Die... Wenn ihr die Steine spuckt... Und ich halt einfach zu nahe bin, dann kriege ich Fingue 5 ab und... Jeder macht 250 Damage. Richtig heftig. Ja, ich denke, wir sollten... Wechseln wir auf die Lefe für den. Ach, komm schon. Mann. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt noch erwischt haben. Ist ein bisschen dumm positioniert gerade. Ich glaube, ich glaube, ja. Es kann doch jetzt nicht sein, dass ich gegen den so Mühe habe. Also, das Problem ist vor allen Dingen halt... Äh... Dass man hier nicht wirklich kämpfen kann. Und dieser Instance-Stun. Ach, schon wieder. Ach. Okay, wir müssen... Wir müssen hier was anderes machen. So sterbe ich nur immer und immer wieder. Das Problem ist, du kannst hier unten halt nicht wirklich kämpfen. Okay. Warum der... Ach. Diese ständige Gestanne. So. Jetzt haben wir dich. Geht doch. Einmal mit der Lefe. Und dann ist er weg. Hier vorne ist ein Schrein. Der ist aber über uns. Ich sehe auch einen Kodama. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Glück gehabt. So, du hast kein Ki mehr. Oh, scheiße. Er hat nichts mehr. So. Haben wir noch den Yoki? Ach, der ist bald platt. Aber auf uns schießt noch einer. Von... ...der rechten Seite. Das klappt nie. Junge. Gewöhnst sie an. Merkst du, es klappt nie. Okay, wir müssen hier wohl in die Suppe rein. Das ist noch so ein verdammter Schleim. Na, komm. Äh... Climmy. Greif mal an. Äh, nicht so. Greif doch nochmal an. Genau so. Dann kann ich dich critten. Dann bist du flaut. Duftholz. Da liegt auch noch was. Der rote Punkt ist... ...wahrscheinlich oberhalb... ...zwei Kodamas. Hallo? Was ist denn hier los? Okay, das war gut. Jetzt gibt's keine Wutattacken mehr. Zumindest nicht so lange du kein Kiosk. Oh, das... Okay, das ist... ...da war mein Timing. Scheiße. What? Ah. Durch Kollision mit Tesso getötet. Tesso? Was ist denn das für ein Name? Das ist doch kein Yokai-Name. Meine Fresse. Ah. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeug wir hatten. Aber es war, glaube ich, ein bisschen... Wenigstens ist der Pisser nicht mehr im Weg. Okay, hör zu... Hier zwei. Ich kann mich jetzt gerade nicht heilen. Holen wir mal unsere Sachen. Was haben wir? Ha. Okay, jetzt kann ich mich heilen. Spürerkerze. Ich hab keine Ahnung, wo wir auf dieses Podest hier kommen. Hochklettern kann sie natürlich nicht. Ja, auch zu viel gewesen. Drei Kodamas. Wir haben alle drei Kodamas hier. Okay. Okay. Okay, das... War nicht so übel. Wir sind verschmutzt. Kannst du es aber... aufheben. So, jetzt hast du kein Key mehr. Ich zwar auch nicht, aber... Ihr seid gef... Oh. Okay, das ist... Das ist gar keine Wutattacke. Die war so stark, dass ich irgendwie immer davon ausging, dass es eine Wutattacke war. Aber ist es nicht. So, einer weniger. Wo ist der Kodama? Da ist die Riesenspinne. Das könnte auch irgendwo Nuri-Kabe noch sein. Ach, fantastisch. Weißt du was? Machen wir Regeneration rein. Komm her, Spinne. Eine nach dem anderen. Nicht übermüdig werden. So. Das wäre... Ach, du bist... Was zur Hölle? Okay. Ja, das ist ein bisschen viel. Warte mal. Kommt einer runter? Au, was zur Hölle? Au, die Kleine ist runtergekommen. Kleine sieht man halt nicht, ne? Oh, da haben wir noch dich. Das hat uns aber auch nicht sonderlich viel gebraucht. Da ist noch ein Revenant. Ich mach den mal, weil da müssen wir hier... Wo... Wobei wir müssen so oder so hier zurückkommen. Das ist ein Kusarigama-User. Das heißt, ich geh jetzt hier... Kein Risiko ein. Obwohl er ziemlich in der Ecke festhängt. So. Und weiter geht's. Ich habe hier irgendeine komische Rüstung gebracht. Die Sau. So. Fantastisch. Der ist ein für alle Mal weg. Ich liebe Gegner, die nicht respawnen. So. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie mit der... All-Nee oben klarkommen. Was gar nicht so einfach wird. Ist nochmal eine kleine. Vielleicht kommt die kleine runter. Ja. Da ist sie. Oh, die große ist auch runtergekommen. Nice. Also die mittelgroße. Okay. Ist jetzt nur noch die ganz dicke übrig? Oder haben wir noch wen? Au. Okay. Paralyse. Da ist nochmal eine mittelgroße. Runter. Heilung. Oh. War das die ganz große? Ne. Das war nicht die ganz große. Das war die mittelgroße. Die ganz große ist noch hier. Ähm. Autsch. Okay. Wir haben sie fast. Leider kein Key mehr. Aber wir haben sie fast. Nice. Kann gut sein, dass die jetzt auch nicht mehr respawnt. Bin ich mir nicht sicher. Zumindest haben wir das Gelände mal gesäubert. Das ist, äh, eine schwierige Mission. Kann man nicht anders ausdrücken. Wo ist die verdammte, äh... Wo ist diese verdammte Kodama? Und hier geht's wieder runter? Bitte was? Nuri Kabe? Wat? Hier ist auch einfach eine... Man hätte auch einfach die Treppe nehmen können. Okay. Wusste ich nicht. Hier ist ein... Hier ist ein... Ich meine, er könnte noch weiter oben sein. Ah. Wir sehen alle drei verbleibenden Kodamas auf der Map. Was soll ist das hier? Das ist, äh... Verdächtig. Ach du, meine Güte. Oh, ein Schrein. Ich würde sagen, den nehmen wir doch. Obwohl ich eigentlich ganz gern nochmal... Außenrum in den anderen Bereich gehen möchte. Ich meine, da ist kein Kodama mehr, aber... Ich hätte es mir zumindest gern mal angeguckt. Ich denke, wir sind nahe beim Boss. Aber gut, meine Lieben. An dieser Stelle machen wir erstmal einen Break. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Wir haben hier noch drei Kodamas einzusammeln, meine Freunde. Und das werden wir auch tun. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Novgit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.